Herzlich Willkommen Freunde! In der letzten Folge haben wir die Flugschule auf Gold absolviert und jetzt machen wir die letzte Kuriermission in Las Venturas. Ich mach mal kurz hier die Markierung weg, das befindet sich hier. Ich hab noch mal ein paar Speicherhäuser gekauft gerade. Offscreen, wo ich gerade zufällig vorbei gekommen bin. Offscreen, wo ich gerade aussehen habe ich jetzt schon Oskim den Anruf entgegengenommen. Wir können jetzt auch ins Fort-Tracking-Catino zu Wuzi hat uns angehoben. Und weiter schauen, dann lassen wir ein Torreif offiziell. Aber jetzt sind wir komplett offiziell hier. Ich will jetzt auch schnell die vier Kuriermissfahrten machen. Ich bin ja schnell. Und damit auch schon wieder gut für die nächsten paar Tage. Da hab ich wieder Meteor-Material für die nächsten paar Tage. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Ich zeig euch irgendwann mal alle Speicherhäuser. Wo die sind. Ich weiß überhaupt nicht richtig. Jep. Ungefähr ist das. Ungefähr ist das. Ungefähr ist das. Ungefähr ist das. ZUV schwer ist das. Wie kommen wir jetzt zu dem? Geh! Geh! Jetzt sehen wir noch mal ein bisschen was von La Ventura aus. Ich bin noch mal drüber gefahren. Wenn wir jetzt nicht Geldprobleme haben, geh ich halt an meinen Z-Blocken, mein Gott. 6.000 kaufen wir uns gleich. Ich sag euch eins am Wochenende wird dann, komm eh die Sammeln, also Samstag nachmarsch eh die Sammlmission. Die hab ich mir vorgenommen. Jetzt wo ich das aufnehme ist Montag. Ich nehme halt im Voraus auf. Dann dürfte man nicht böse sein, wenn ich ein bisschen im Voraus aufnehme. Ich bin zum Beispiel Verletzter. Der zweite ist da. Der vorletzten Level siehst du, das geht ja schnell her. Der zweite ist da. Untertitelung des ZDF, 2020 So Freunde, es geht jetzt gerade die Fatsi hier. So Freunde, es geht jetzt gerade die Fatsi hier. So Freunde, es geht jetzt gerade die Fatsi hier. So Freunde, es geht jetzt gerade die Fatsi hier. Ich fahre ihn jetzt so, so, so und wieder zurück. Easy. Oof! Das war's für heute. Das war's für heute. Das nächste ist da. Das war's für heute. Das will hier nicht fehlen. Ich hoffe, die anderen sind nicht so weit weg. Das war's für heute. Ich fahre jetzt erstmal zu dem Dach da oben. Was ist da noch so? Ich fahre jetzt zu dem. Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt hier. Ich fahre jetzt. 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 teuer hier 6.000 zack gehts jetzt hier raus hier was sind Freunde? alle Speicherräuter sind dann auch schon weg wir haben doch das Geld so wir haben doch das Geld so wir haben doch das Geld sonst haben wir noch 3 es gehört noch 4 so so wie viele Leute sind es jetzt noch 1 da ist noch eins das nehme ich dann mit wenn wir zum Flughafen fahren und dann nehme ich das noch mit welchen und dann nehme ich das noch mit dann nehme ich das noch mit 100% What the fuck's name are you doing? I don't know if I'm wrong I'm always in the game today Was ist das Häuschen? Wir kriegen hier halt über die Wand 10.000 Von 47 Millionen ist immer noch nichts weg So, da unten ist auch noch ein grünes Häuschen Hab ich gar nicht gesehen In Nein Das war's. Das war's. Das war's. Das haben wir wirklich alle, oder? Nur noch das da. Und das speicher ich dann jetzt auch am Ende auf die Aufnahme. Da wird alles gekauft. Hallo. Das war's. 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 gut bin schon da schon mal ein auto hier grün ist sehr schön speichern ok freunde 3 jetzt machts gut haut rein und wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin tschau